Wir machen heute mal was Handfestes und zwar den Lempel-Ziv-Welch-Algorithmus, kurz LZW. Das Schema kann zur Dekomprimierung, also von klein nach groß genutzt werden, quasi dem Entpacken, oder zur Komprimierung, zum Beispiel von riesigen Bildern zu handlichen GIFs. Wir verwenden den Algorithmus in diesem Video, um diese Zeichenkette in eine komprimierte Form zu bringen. Um anzufangen, brauchen wir nur ein kleines Startwörterbuch. Kurzer Disclaimer, im echten Leben da draußen ist dieses Wörterbuch deutlich länger, bereits existierend und nicht mit ganzen Zahlen versehen, sondern im Binärsystem geschrieben. Für unseren luftleeren, widerstandslosen Raum und damit du es verstehst und anwenden kannst, brauchen wir das allerdings nicht. A, L, O und H müssen aber schon definiert sein, check. Für das händische Lösen benutzen wir die folgende Tabelle. Das letzte Wort, das aktuelle Wort, der neue Eintrag, der entsteht, die Codierung und eine Probe für später. Ich schreibe mir üblicherweise die gewünschte Nachricht einmal vertikal in der Spalte aktuelles Wort auf. Dann muss ich mich auch später nicht mit der Reihenfolge beschäftigen. Und in einem Python-Skript oder in jeglicher Automatisierung müsste ich mich darum ja auch nicht kümmern. Außerdem weiß ich jetzt schon, dass ich für die 20 Buchstaben 21 Zeilen brauche, da wir diese Zeichenkette komprimieren, also kleiner machen wollen. Ich weiß also auch jetzt schon, dass mein Ergebnis kleiner als 20 Zeichen lang sein wird oder muss. Wir sammeln neue Einträge in unserem Wörterbuch, indem wir uns das aktuelle Wort aus der Zeile nehmen. Das heißt, das vorherige aktuelle Wort wird unser letztes Wort. In Zeile 1 haben wir kein letztes Wort. Wir fangen also direkt mit dem A an. Dieses A von Aloha ist jetzt das letzte Wort in unserer Spalte 2. Wir kombinieren also das A mit dem aktuellen Buchstaben, nämlich L, und erschaffen uns unseren ersten neuen Eintrag, AL, als fünften Eintrag im Wörterbuch. Denn die Einträge 1 bis 4 sind ja von A, L, H und O bereits belegt. Die Spalte Codierung bezieht sich auf die Spalte erstes Wort. Ich stelle dir das wie so eine Klammer vor, die den ganzen Algorithmus zusammenhält. In der ersten vollständigen Zeile steht vorne das A. Das ist der erste Eintrag in unserem Wörterbuch. Also kommt hier die 1 rein. Wir machen einfach nochmal ein paar Zeilen, bis es dann wirklich mal interessant wird. In Zeile 3 holen wir uns das letzte Wort, das L, aus der vorherigen Zeile, schauen uns die aktuellen Wörter L und H an und merken, dass wir natürlich noch keinen Eintrag L, H haben. Das ist also ein neuer Eintrag, nämlich der sechste im Wörterbuch. Dann nehmen wir die Codierung vor. Das alte L hat den zweiten Eintrag, also steht am Ende von Zeile 3 eine 2. In Zeile 4 alles genauso. Wir nehmen uns das H aus der Zeile zuvor, prüfen, ob es die Kombination aus H und O schon gibt. Das ist nicht der Fall und legen einen neuen Eintrag mit der Nummer 7 an. Das letzte Wort H ist wiederum der dritte Eintrag. In Zeile 9 passiert jetzt das Unfassbare, das Algorithmus-Event des Jahres. Wir können endlich einen bekannten Eintrag wiederverwenden. Die Kombination H und A ist uns bekannt, als Eintrag Nummer 10. Die Regel lautet nun, dass wir diesen existierenden Eintrag zusammen in die nächste Zeile überführen, und zwar in die Spalte Letztes Wort. Dann steht in der Zeile 10 HA als letztes Wort zusammen mit dem Wort L und wir schauen nach, ob diese neue Kombination H, A, L, ob wir diese kennen. Nein, kennen wir nicht. Wir machen mal bei Zeile 10 direkt weiter. Wieder mit den bekannten Einträgen. Das L aus der vorherigen Zeile zusammen mit dem aktuellen O werden als zwölfter Eintrag hinzugefügt. Die Zeilen 11, 12 und 13 sind alles neue Wörterbucheinträge. Zeile 14 dann wiederum ganz großes Algorithmus-Spektakel. Ein A trifft auf ein H und wir erkennen darin den Eintrag Nummer 9 wieder. Das heißt, die Zeile bleibt frei. Dafür bewegen sich beide Wörter, also A und H, zusammen in die nächste Zeile, wo sie auf ein weiteres A treffen. Aha, also. Die Zeichenfolge A, HA, A kennen wir noch nicht, also ein neuer Eintrag Nummero 15. Unsere Zeichenkette endet mit einem Hallo, also H, A, L, L, O. Zeile 16. A und H sind bekannt, leer lassen. Zeile 17. A, HA, A, das kennen wir schon, ebenfalls leer lassen. Zeile 18. A, HA, A, L. Neuer Eintrag, meinst du? Zeile 19, L und L, ebenfalls ein neuer Eintrag, Nummer 17. Zeile 20, L und O. Bekannte Wörter freilassen. Zeile 21, ein einsames O, kennen wir schon lange. Zum Schluss schreiben wir Ende rein, End of File, Break, irgendwie sowas. Wichtig ist, dass O mit der Kodierung auftaucht, nämlich mit dem Eintrag Nummer 4, weil am Ende steht ein O. Jetzt noch eine schnelle Probe. Die entsprechende Spalte genauso befüllen, wie unser Wörterbuch das vorgibt und fertig ist. Das Wörterbuch wächst, während wir die Zeichen kodieren. Deswegen können wir auch nicht rückwirkend zum Beispiel den Eintrag Nummer 8 verwenden, wenn es diesen Eintrag zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Wenn man mal ein paar Wörter mit der Hand gelöst hat, merkt man auch, dass man am Anfang vor allem neue Kombinationen sammelt und Einträge sammelt, damit erst diverse Kombinationen aus diesen Wörtern gebildet werden. Zum Beispiel L, H, O, A, A, H, H, A, L, O, LOL, wie auch immer. Fehlerquellen. Fehler passieren. Vor allem beim Übertrag und falschen Anlegen von Einträgen. Entweder gab es den schon oder es ist in der Spalte Codierung der falsche Wörterbucheintrag abgelegt worden. Ich würde zum Üben einfach empfehlen, eigene Zeichenketten auszuprobieren. Dann merkt man auch, wie erstmal diese ganze Kombination der Einträge zustande kommt und wie lange der Algorithmus braucht, damit wir mal Einträge wiederverwenden können. Das war es von mir. Gute Art und bis zum nächsten Video.